Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschelaar und heute wieder für euch in Battlefest.de Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening Video. Wir wollen nämlich wieder 10 Tokens uns holen hier beim Vindica Argonit Händler und ich möchte gerne die Xavius Schultern haben. Da bin ich ja jetzt sowohl im Raid am Farmen als auch seit letztem Mal hier durch dieses Token und ich hoffe, dass wir dieses Mal Glück haben. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich habe hier 1200 Argonit, heißt eine Schulter können wir uns zumindest kaufen, fast eine zweite. Jetzt drückt mir die Daumen, Schulter Nummer 1. No, was haben wir denn hier gekriegt? Irgendein PvP-Ding, das hatte ich schon, schade, das brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal hier auf den Twink, der müsste auch ein paar Marken haben. Ja, der kann sich genau eine Schulter kaufen, wunderbar. Wo haben wir sie denn? Ich bin hier, äh, ups, habe ich mir, warte mal, habe ich mir jetzt mit dem eine Kapuze gekauft? Sag, fuck, ich habe mir eine Kapuze gekauft. Ich habe mich verdrückt. Ich bin so ein Gammler. Hier, das ist die Schulter. Okay, dann kaufen wir uns quasi jetzt ab sofort Schultern. Okay, was haben wir hier? Auch die falsche Schulter. Dann gucken wir mal weiter. So, dann bin ich umgelockt hier. Ähm, hier auf dem Twink müssten wir auch noch ein paar Marken haben. Und ich hoffe jetzt echt, dass wir, ähm, die richtige Schulter rauskriegen. Dass es nicht ganz so peinlich war, dass ich mir vorher gerade einen Kopf gekauft habe. So, hier kann ich mir nämlich auch nochmal eine Schulter holen. Das müsste dann Nummer 3 sein. Schauen wir mal. Xavierschulter, na? Hm. Nummer 3 war auch nichts. Jetzt tun wir hier die gleich wieder weghauen. Weg mit der Schulter. Dann hier auf den anderen Schar. Was hat der noch so an Marken? Oh, mit dem kann ich mir 2 kaufen. Dann müssten wir bei 5 sein. Mal gucken. Die Chance ist, glaube ich, 1 zu 40 rum. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Also gar nicht, also jetzt nicht wirklich hoch, aber auch nicht so gewaltig gering. So, dann kaufen wir hier gleich 2 Stück. Die kosten nämlich immer 650. Schauen wir mal. Nummer 1. Nope. Ich glaube, die hatten wir vorher schon mal, ne? Die habe ich schon mal gesehen hier, die Schultern. Und Nummer 2. Sollte nicht sein. Okay, Halbzeit haben wir. 5 haben wir gekauft. 5 müssten wir noch haben an Marken. Jetzt schaue ich wieder auf die nächsten Chars. So, da haben wir dann noch 2 gefunden, wo noch ein paar Marken sind. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, reicht knapp auch nicht. Können wir uns auch nur 1 kaufen. Das müsste dann Nummer 6 sein. Schauen wir mal, wo haben wir es denn? Hier. Das ist immer traurig, ne? Die Sachen sind ja schnell aufgemacht, aber dass ich mir die Marken farm. So eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauert das schon. Das sind die falschen Schultern, ne? Ja, das ist ein Zweit-Transmog. Das hatte ich schon von einem anderen Teil. Aber ihr seht, dieses Transmog gibt es halt über x Teile, über 10 Sachen oder mehr sogar. Tatsächlich anscheinend auch ein paar Klass-spezifische, wie ihr hier seht. Also ein paar, die man nur beim Schurken kriegt, ein paar nur beim Druid. Interessant. Schade. Jetzt habe ich für einen kurzen Moment gedacht, okay, hier, nice, da ist es drin. Aber na, waren leider nicht die Xavius-Schultern. Gut, dann haben wir jetzt hier den Char. Eben hatten wir Nummer 6. Dann müsste hier Nummer 7 und Nummer 8 kommen. Perfekt. Dann sind wir nämlich wieder bei einer geraden Zahl. Oh shit, der hat noch das ganze Angelzeug hier im Momentar. Da bin ich ja auch ein paar Openings am machen. Und die Kolben aus der Dinger da noch, ne? Sehe ich gerade hier aus der Legions-Invasion. Da bin ich auch unter anderem am Farmen. Ich mache hier immer verschiedenste Sachen. Gut, dann machen wir nochmal 2 auf. Drückt mir die Daumen. 7. Das war nix. 8. Ebenfalls nix. Gut, dann haben wir noch 2 offen. Suche ich mir nochmal 2 Chars, die ein paar Marken haben. So, da Leute, dann haben wir den letzten Char hier noch. Und jetzt drückt mir die Daumen. 2 Dinge kaufen wir uns noch. Ich hoffe, dass es drin ist. mal hier die Schulter. Nicht, dass ich mir nochmal das falsche kaufe. Ach, komm, komm. Hm, da war nix drin. Okay. Und dann nehmen wir noch bei dem anderen Char hier. Können wir dann auch nochmal eine Schulter kaufen. Das müsste dann Nummer 10 sein. äh, hier. Drückt mir die Daumen. Komm, komm, jetzt. Skavios Schulter. No, wieder nix. Es ist halt jetzt die Sache, ne. Macht's mehr Sinn, das beim Boss zu farmen. Macht's mehr Sinn, hier das zu farmen. Beim Boss bin ich halt so, ja. Jetzt brauche ich im HC vielleicht so 5 Minuten durch die Instanz. Vielleicht 10 Minuten. Hier brauche ich halt schon eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten mit den Gammeltwings. Bis ich die 3 Invasionspunkte mache und die Marken komplett farme. Weil es halt nicht, was schneller ist. Und man kann halt schlecht die Drop-Chance vergleichen, ne. Das ist halt immer so ein bisschen die Geschichte. Ich denke mal, ich werde an beiden dranbleiben. Aus dem einen oder anderen Weg werde ich sie schon bekommen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, falls ihr Xavios Schultern schon gefarmt habt. Und vor allem, durch welchen Weg. Würde mich auf jeden Fall interessieren, um mich quasi bei der Entscheidungsfindung ein bisschen zu unterstützen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.